Wir blicken auf weitere wichtige Nachrichten aus Deutschland. Der Chef der Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, fordert die Corona-Quarantäne für medizinisches Personal auf fünf Tage zu verkürzen. Anschließend sollten Pfleger und Ärzte sich freitesten können. Hier sei der Schutz besonders gefährdeter Gruppen wichtig, sagte Gass der Rheinischen Post. Zugleich fordert er, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht ausgesetzt wird. Den Beschäftigten in den Krankenhäusern sei nicht zu vermitteln, warum sie bei fehlender Impfung ihrer Tätigkeit nicht nachgehen dürften, während ein Großteil ihrer Covid-Patienten ungeimpft sei. Untertitelung des ZDF, 2020